Ich habe nur zehn Monate ausgesetzt. Zehn. Aber kein Mensch erinnert sich noch daran, dass es dich überhaupt gibt. Ich mache das nicht. Das Spiegelei mache ich nicht. Ich mache das für euch. Ein Spiegelei, eine Ketchup-Faschale. Was soll das? Sechs Jahre, sechs Tage die Woche, sechs Stunden mindestens und der Maske muss noch mal flaust. Die hat mich nicht erkannt. Was heißt denn bei Hannes? Ich weiß ja noch nicht mal, dass ich hier arbeite. Das heißt, ich komme hier nicht weg. Das heißt, ich komme hier nicht weg.